auf zum tor das tor ok er noch 7000 anfangspunkte bis zum nächsten level ab ja und vielleicht 1000 für weltstufe ist die frage wie viel die weltstufe aufsteigen mit was die skalieren die kriegen einen level die sind dann immer die gewisse stufen über uns bei uns gibt es ja max ap und anomalie kraft ich meine was du mal machen musst um die weltstufe zu erhöhen weißt womit das ja auch mit xp sammeln wir werden beobachtet in den bäumen hinter uns regt sich was kein will sich bestimmt brechen er kann sich hinten anstellen endlich der wirklich jetzt sehe ich nicht mehr viel bei kümmern durch um kanks truppen die dich verfolgen ok werden stufe was steht nicht da kann man sich irgendwo anders nachgucken ist lang genug gefolgt mhm keng hat eine große klappe aber wahrscheinlich taucht er nicht persönlich auf er überlässt die drecksarbeit seinen kämpfern na dann kann ich mich ja auf was freuen ich komme zurück sobald ich das dreckspack erledigt habe gibt es hier irgendwo einen tagebuch eintrag oder so was erstmal das lager kontrollieren oh interessant ok kann man auch nicht machen im dritten lager ist die quest für die für den jäger oh ich glaube jetzt werden sehr viele jägerquests kommen vor allem was anderes kommt wo kann man auch nicht annehmen von daher irrelevant ist das so ein der steckbrief was ja der steckbrief ich sag die jäger das sind beides jägerquests nein das eine ist kopfgeld das andere ist jäger jäger ist das mit den tieren ja schade uns fehlt nämlich nur noch ein kopfgeld ich weiß wie viele leute der auch noch hat ne ja wo wir schon gefühlt die ganze armada ausgelöscht haben mehrmals oh ja warum hat er dieselben fahrzeuge gegeben warum nicht ja schon seltsam aber die ganzen sachen kamen sehr auf den planeten ja auch wieder mal und da ist es nur wieso ist das jetzt abgebrochen wahrscheinlich weil der gestorben ist ja nur dieser unblick ja je weniger gegner um mich herum sind desto weniger schaden mache ich doch nicht so ein assassiner eigentlich ne mach single target ja aber ein assassiner ist doch eher mehr so für einzelkämpfe ich bin glaube eher kein assassiner gerade ich bin plünderer da ist einer gegen alle ja ja und einer gegen einen alle und aber alle gleichzeitig weil du mal machen kannst oh gott oh gott legendäre waffe mal sehen ähm preponium mobil mobilier ja perpetu mobilier ähm wir müssen kurz zurück nach sahidi wieso sturm geschützt und scharfschütze es ist ein sturmgewehr beim scharfschützen modus heißt du kannst du kannst du dich erinnern ich will einfach nachgucken ansonsten das ding das hast du doch bei den schocken oder sowas mit der anderen bei der schaden ist es bei der pump kann das ist klar aber das ist ein sturmgewehr ja du kannst es schon ich erinnerst du hast ausgegraut einzelschuss sein weil das sind mal ich guck das jetzt nach combat irgendwas ich warte hier vor abschutzen 3 2 1 und wir warten und wir warten hey was ist das denn das ist ein legendäre waffe kannst du nicht erinnern ja schön das ding hat 11.000 es hat 11.000 äh 11.000 was und das ist ein sturm ja kraft waffenstärker ja ja meins hat 10.007 also ist doch doch scheiße dass man die variante nennt scharfschütze als ein sturmgewehr wir kamen auf die schwachsinnsidee ein sturmgewehr soll schnell schießen und nicht ping 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 machen wenn du präziser sein willst ich will keine präzision ich will schussgeschwindigkeit wenn ich präzision haben will nehme ich ein scharfschützengewehr oder einen raketenwerfer pech gehabt würde ich sagen jetzt in dem fall dann bullshit ich habe noch keine legendäre waffe gefunden die gut ist das ist so belastend wenn ich ein leichtes maschinengewehr kriege was einzelschuss hat quitte ich das spiel dann ist aber dann ist meppen süd offen alter und zwar richtig wenn maschinengewehr einzelschuss hat mit scharfschütze oder so im dreck einfach nur nein kann alles vorkommen das kommt drauf an wie die waffe designt ist ne sollten sie es bitte nicht maschinengewehr nehmen mir ist der feuerstoß auch noch recht aber was hat man eigentlich nochmal magazinrolle achso schlusserzeugner sei ich mich durch nee das ist kacke magazinrolle ist ein hornung aber dieses muss ja mit dem gegner drin sein warum muss ich zweimal hintereinander nachladen äh keine ahnung fachspiel fähigkeit ist auch gerade einfach ausgegangen alles klar fachsjagdmeister alles klar ich muss definitiv so wieder zu den ketten wechseln bei dieser schaden fehlt mir jetzt gerade die ganze zeit ich sollte mich vielleicht nicht auf den jagdmeister konzentrieren ich ja Ja Warum bist du eigentlich so weit vorgelaufen, dass der Typ getriggert ist? Der ist vorher schon getriggert Die drehen immer auf einer bestimmten Welle Fuck Zu viele Fallensteller Gott Ich bin versucht vor dem abzuhauen Auf Hat nicht geklappt Ja Entweder geh ich zurück oder ne komm erst mal Bleib erst mal bei dir Weißt du SPM von 500 wie denn wenn du Einzuschuss hast du kackding Schnell immer Schnell immer Linke Maus hast du Linke Maus hast du SPM halt eben Ja Mach ich Das ist das schnellste was geht Ja Schuss pro Ja Damit könntest du 500 Schüsse pro Minute haben Das Problem ist nur die geringe Magazin Größe Was mach ich denn für einen Kreis um mich? Warum ist der Gelb? Keine Ahnung Irgendwas hat die Waffe Loll Die Waffe wird disenchanted alter Ein killshot lässt 5 Sekunden lang eine Kuppel erscheinen die Kugeln aufhält Oh Holy hell Was ist der cool das? 5 Sekunden Ah ok dann kannst du also nicht mehrere triggern Ja 5 Sekunden Puh ich mach 3500er Crits wenn ich mit dem Ding und meiner Munition aufm Kopf schieß Ah Ah Dieses kleine Magazin ist einfach so ätzend Ok Das ist halt auch wehste das ist halt auch wegen Scharfschütze Dass es nur 15 Schutze hat Ja Deswegen das ist mega kacke Das soll ein Sturmgewehr sein Ein richtiges Sturmgewehr und nicht so unquack Ja du behältst damit die Präzision aber dabei Und darum geht es halt eben dabei Whisky seit wann spiele ich Präzision Ja aber es geht um solche Art von Waffen halt eben darum Das ist es Ja aber trotzdem Nur weil du so nicht spielst heißt das nicht dass die Waffe dann scheiße ist Ich spiel nie auf Präzision Ich spiel nie auf Präzision Ja das ist auch wieder wahr Und trotzdem hast du ja relativ viel gedötet Natürlich Aber auch nur weil deine Raketenwaffe Präzision nicht unbedingt erfordert hat Ja Und hier stelle ich mich einfach vor die Gegner Okay Waffe wechseln ist in Ordnung Ja Keine Munition mehr Achtung der bomb dich Oder nicht Äh Hat mein Gebiet Gebiet bombardiert wo ich war als er das gemacht hat Aua hei Aua hei Äh entweder riecht das die Kohle die verbrannt ist oder irgendwas anderes Hm Aua ich hab noch 1 AP Gut gerettet Gut gerettet Guck ... ... ... Scheiß Aura, der Steinhaut, alter, er kriegt einfach 200 Schaden weniger. Was am Mongo. Aua. Au. Ich helfe dir gleich. Ich hab schon. Oh. Aua. Weg mit dir, alter. Na, krieg ich auch mal einen legendären Drop? Nee. Super. Ich hab auch nichts legendäres. Was Lilo ist für uns? Hat's aber schon mal was. Ich weiß. Ist immer noch ein Legendary vor mir. Mhm. Ach, sobald wir das hier abgeschlossen haben, kriegen wir auch einen Level. Nö, noch nicht gern. Achso, wenn wir bei dir Geist abgegeben haben. Ja, ich hab jetzt einen neues Level. Ja, okay. Weil kein Punkt bekommt. Nö. Kommt man nach zwei Level dann einen Punkt? Vielleicht, wahrscheinlich. Ja, ich hab's gar nicht. Plus 113 Max leben und 380. Ach, jetzt hab ich nochmal die 375. Das wird nicht passieren. Bleib wachsam. Ich seh mir mal die Straße zu dem Tor da vorne an. Okay. Nein. Ja, nö, ist nichts passiert. Ich... Warte. Nice, Ende. Okay, ist da... Warum ist das Englisch? Was ist Englisch? Ja, die Erzählung gerade. Ich hab keine Erzählung mehr. Le... Bei mir ist wirklich nichts. Ah, bei mir wurde von Seratina noch erzählt. Ah, toll. Au, danke schön. Ja, aber auf Englisch. Ist noch eine Waffenkiste. Oh mein Gott, was liegt da? Nein. Guck mal, was blaues. 1387 Eisen. Noch was hier. Gesucht! Blitzkrieg! Was? Wir haben nicht nur hier eine Jagd, sondern auch die letzte Assassinenquests hier. Plus noch Historiker. Ja, jetzt können wir die annehmen. Ah, cool. Blitzkrieg, alles klar. Blitzkrieg, alles klar.